Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem Ratgeber zum Hurricane Spin Scrubber. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese elektrische Reinigungsbürste für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zum Hurricane Spin Scrubber unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Die Kundenrezensionen von diesem Haushalsegerät sehen so ein bisschen durchwachsen aus. Da werden wir auf jeden Fall auch noch einen Blick drauf werfen. Schauen wir uns zunächst die Produkteigenschaften an. 300 kraftvolle Umdrehungen pro Minute. Putzt, schrubbt und reinigt mit nur einem Handgriff. Nutzung im Innen- oder Außenbereich möglich. Kabellos dank wiederaufladbarem Akku. Ja, das klingt soweit doch schon mal nicht schlecht. Egal wo oder was du gerade putzt, immer wieder kommt der Punkt, an dem ordentlich geschrubbt werden muss. Dadurch können Rückenschmerzen, Knieprobleme oder sonstige Schmerzen auftreten. Überlasse das Schrubben lieber dem Hurricane Spin Scrubber. Dank des wiederaufladbaren Akkus brauchst du nicht einmal Batterien und musst dich auch nicht mit lästigen Kabeln herumschlagen. Mit dem Hurricane Spin Scrubber reinigst du von der größten Fläche bis zur kleinsten Fuge, egal ob im Innen- oder Außenbereich. Der drehbare Kopf rotiert mit bis zu 300 Umdrehungen pro Minute. So werden Badezimmer, Küche und Co. ohne großen Aufwand sauber. Ja, also die Produkteigenschaften machen auf jeden Fall einen ansprechenden Eindruck. Es sieht nach einer Erleichterung für das Putzen aus, aber wie bereits gesagt, die Kundenrezensionen waren so ein bisschen durchwachsen. Und schauen wir uns doch gerne an, woran das liegt, beziehungsweise was sagen denn die Leute. Einige sind der Ansicht, dass es sehr sehr lange lädt oder nicht so gut putzt und ja, deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Produktrezensionen hier, die Kundenrezensionen hier mal durchzulesen. Das dürfte für deine Kaufentscheidung dann doch sehr nützlich sein, ist meine Einschätzung. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zum Hurricane Spin Scrubber werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir einen wunderbaren sonnigen Tag und alles Gute. Danke und ciao.